Vielen Dank für die Freunde, was läuft da beim Bauerhausen? Ich hole da Balloxen. Morgen Mittwoch werde ich einen Morgen lang, ich glaube, Viktoria rohen. Ich muss noch sprechen. Ich muss das noch genau abklären. Aber ich denke, wir werden Viktoria rohen. Jetzt holen wir da zwei Wagen voll Balloxen. Dieses Jahr hat es noch Balloxen. Ich war auch schon hier in dieser Jahreszeit und da war der Platz leer. Es gibt wenige Kartoffeln, da bleiben auch mehr Balloxen zu holen. Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhausen? Ich nehme da meine breiten Räder weg, weil morgen ist Anroden auf meinem Feld angesagt. da müssen die schmalen Räder drauf. Also, ob wir die Schnellig wird im Balloxen lassen. Das ist cupboardsmetendisch, wenn es die Schnellig wird auf dem Geschäftsbrochen gelandert. Das ist gut, was ich bekomme. Ich mache dann auf dem Geschäftsdeck. Ich mache meinen Geld. Ich mache meine Greenen. Ich mache meinen Geld. Ich mache die Schnellig auf deinem Kälter. Ich mache das, was ich kaltiere. Ich mache die Schnellig über den Kälter. Ich gebe das, was ich da mit einem Eckplatz. Untertitelung des ZDF, 2020